Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Herzlich willkommen und hallo zu Reisen, Reisen, der Podcast. Heute mit einer ganz besonderen Folge, denn heute geht's bei Jochen Schliemann, das bist du Jochen. Hallo, hallo, hallo. Und bei mir um Reisemomente. Vielleicht die größten, die wichtigsten, die lustigsten, die spannendsten, die gefährlichsten Reisemomente, aber vielleicht auch Reisemomente, die eure und unsere Welt verändert haben, vielleicht verbessert haben. Und deshalb wollen wir heute mixen unsere Reisemomente mit euren Reisemomenten. Und darin wird es ganz viele Tipps für euer Leben, unser Leben, für unser Reiseleben geben. Wir wollten schon immer eine Community-Folge machen und jetzt im Februar 2023, wo unser Buch rauskommt, Reisen, Reisen, wie wir die Welt entdecken wollen, wo wir ja ganz viele unserer Geschichten reingeschrieben haben, haben wir gedacht, das ist der perfekte Zeitpunkt, um auch eure Geschichten zu hören und daraus eine große Folge zu machen. Wir reisen einmal komplett durch die Welt, sind überall. Ich glaube, Jochen, da wird man auch ganz viel Reisetipps und vielleicht Dinge rausfiltern können aus der nächsten Stunde, die einem vielleicht auch helfen und weiterbringen und Spaß machen. Ja, also es werden zum einen Orte sein, wie immer, das kennt ihr von uns, die euch inspirieren, die ihr vielleicht auch mal reisen wollt oder an denen ihr schon mal wart. Und es werden halt auch eben genau diese Momente sein, für die wir das Reisen lieben. Und wie du schon sagtest, das kann halt melancholisch sein, das kann lustig sein, das kann auch völliges Scheitern sein. Da sind wir ja wieder bei mir. Ja, wollte ich gerade sagen, danke. Ihr kriegt auch ganz viel von uns. Also wir haben wirklich so ein paar Highlights rausgesucht, wo man sagen kann, das ist, glaube ich, das, was wir alle denken, unsere Reisen, Reisendenke, was das Reisen so zusammenfasst. Und da haben wir unsere Best-Offs wirklich zusammengestellt für diese besondere Folge und reichern das an, oder beziehungsweise wir reichern eure Anekdoten damit an. Genau so rum ist es. Ihr seid im Mittelpunkt heute. Genau. Und die Geschichten, die zurückkamen, wir haben euch ja gefragt über Social Media und über andere Kanäle und so. Und was da zurückkam, war tatsächlich wirklich absolut beeindruckend und hat uns tatsächlich sehr bewegt. Und wir haben uns irgendwann gesagt, jetzt müssen wir dagegen halten. Jetzt hauen wir unsere besten Dinger raus, die besten Reisumente ever, weil wir haben die von euch auch. Und es ist, also euch stehen ein paar Sachen bevor, die sind wirklich tief bewegend, teilweise sehr lustig und auf jeden Fall unterhalten und wieder mal reiseinspirierend. Ja, ich freue mich sehr. Uns ist wirklich das Herz aufgegangen. Da sind ja mehrere tausend Menschen, Frauen, Männer, Junge, Ältere, die uns hören. Und wir haben so viel Tolles zurückbekommen. Wir haben das so, so gern gelesen. Nicht alle Geschichten sind jetzt hier drin in dieser Folge, weil es waren hunderte Geschichten. Wir haben welche rausgenommen, weil wir dachten, ja, die bringen uns in dem Moment ein bisschen weiter. Die haben uns auch so ein bisschen inspiriert. Die anderen Geschichten, die haben wir alle, wir haben die alle aufgehoben. Die sind so in unserem goldenen Reisen-Reisen-Tresor und es gibt auch in unserem Reisen-Reisen-Newsletter-Magazin, was jeden Monat kommt, jetzt neue Rubrik. Das hat uns auch dazu inspiriert, eure Geschichten auch reinzubringen. Also, ein paar Geschichten sind hier in dieser Folge. Ein paar Geschichten kommen jetzt immer in unserem Newsletter-Magazin, was ihr bei uns auf dem Blog gerne abonnieren könnt. Alles umsonst, alles kostenlos. Ihr werdet nicht belästigt, wir geben die Adressen nicht weiter. Bleibt auch bei uns alles in unserem goldenen Reisen-Reisen-Tresor. Und einmal im Monat bekommt ihr diesen Newsletter. Und da sind dann auch Geschichten aus der Community drin, die zum Anregen da sind, zum Lustigsein und zum Nachdenken. Und jetzt kommen wir zu den größten Momenten, die das Reisen überhaupt in der Menschheit hervorrufen kann, möchte ich mal sagen. Und wenn du das so anmoderierst, die größten Reisegeschichten aller Zeiten, wir hatten alle einen Traum, da musst du ja eigentlich anfangen. Weißt du, das ist so... Du fragst mich jetzt nach... Also, vielleicht ich der Größe. Ich mach mal. Don't take the breath. Lass dich nicht unter Druck setzen. So eins, wir haben ja mehrere, also ich könnte das gar nicht jetzt in so eine Liste von 1 bis 10 packen mit so einer Tabelle. Aber gibt's so einen Moment vielleicht am Anfang deines Reisens? Also das war ja auch so die Idee, auch im Buch, dass wir sind in uns gegangen, wir sind in der Zeit zurück, back to the future. Und dann haben wir überlegt, was hat uns als Jugendliche, als junger Erwachsener so getriggert, gekickt, dieses Reiseleben zu leben? Also so als kleinen Vorgeschmack so, auf das, was auch in der Folge noch so kommt, fällt mir eine ganz konkrete Situation tatsächlich ein, die auch in diesem ersten Kapitel des Buches auch drin. Das war, ich nenne es immer für mich selbst so, die warme Wand. Und was ich meinte war, dass ich damals als das erste Mal meine erste Fernreise gemacht habe und war da verabredet mit zwei Freunden und Freundinnen. Also mit einer Freundin und einem Freund in Den Passat, auf Bali. Und Bali, das ist jetzt schon gut was her, das war mal 20 Jahre her oder so, also oder noch länger, verdammt. Auf jeden Fall schon ordentlich was her, da sah Bali noch ein bisschen anders aus. Damals kam ich da an und diese Anreise ist ja schon, jeder Mensch, der mal weit weg gereist ist, weiß, wie lang so eine Anreise sein kann. Und die Anreise selbst war irgendwie schon, da habe ich schon irgendwie, da habe ich, weiß ich noch, da habe ich mein Reisetagebuch, das ich damals ganz vorbildlich geführt habe, habe ich so reingekritzelt, wie viel soll ich, also manchmal wirklich schon eine Anreise, fühlt sich schon eine Anreise wie eine Weltreise an. Ich kam raus aus dem Flughafen in Den Passat auf Bali und ich lief gegen diese warme Wand. Also eine Wand, also ich war auf demselben Planeten, da war ich mir relativ sicher, Erde, aber es war alles anders. Das heißt, ich lief gegen eine, ich habe das Gefühl, das war eine öffentliche Sauna, die ich reallie, weil es so heiß war. Also du meinst, du bist aus dem Flughafen, weil ich hatte einen Moment in Thailand, als ich erst mal in Asim war, die Schiebetür geht auf vom Flughafen, es ist ja alles gekühlt und überall sind Klimalagen und dann. Und du denkst, irgendwas stimmt, was ist das denn? Genau. Und du hast keine, du kannst das ja erstmal gar nicht zuordnen, weil das ja gar nicht in deine Realität passt, dass es so heiß und so feucht auch sein kann, ich weiß nicht, ob es Regenzeit war, aber es ist ein ganz anderes Klima an den Ecken der Welt, so Überraschung. Luftfeuchtigkeit. Genau. Dann die Gerüche, das Essen. Also ich bin dann in die Stadt gefahren mit so einem Moped oder so, irgendwie wurde ich halt mitgenommen und dann siehst du die Garküchen das erste Mal und riechst das Essen, dann riechst du die Abgase und dann hörst du diese lauen Mopeds. Du hast die Hitze um dich rum, dieser Pfadwind, der dich kühlt, aber es ist immer noch so warm und dieser kleine Kulturschock, diese warme Wand, in die ich das erste Mal so reinliefe, wo ich dachte, wow, wie soll das denn gehen? Das ist tatsächlich einer der Momente gewesen, bei denen ich, wo es das erste Mal im Leben Klick gemacht habe und ich gedacht habe, alter Schwede, das ist derselbe Planet, es ist eine völlig andere Realität und ich will immer mehr davon, als ich am nächsten Tag aufwachte. Und dabei lasse ich es dann auch bewenden jetzt für diese erste kleine Sache. War das nicht vorbei, sondern ich merkte, das ist auch kein Straßenzucht, den ich sehe, der besonders ist, sondern ich merkte, das ist eine ganze Welt, in der ich mich bewegen kann. Ich lief von da an rum, in dieser Welt, in dem Fall Indonesien, bin nach links abgewogen, rechts abgewogen, hab gegessen, hab geguckt, hab mich gewundert, gestaunt über Blumen, Gerüche, Tees, Unterkünfte, Menschen, alles anders, alles anders. Und das werde ich nie vergessen, dass ich in diesen ersten 24 Stunden, vor allen Dingen ab dem Moment, wo ich in die warmen Wand lief sozusagen, dachte, wow, das ist auf diesem Planeten, das will ich immer wieder haben, diesen Knall. Kann ich super nachvollziehen, weil ich das, als ich das erste Mal in Asien war, wirklich genau so hatte. Es ist ein anderes Körpergefühl. Man ist der gleiche Mensch, aber man fühlt sich, wie du sagst, in eine andere Welt gebeamt und man fühlt sich auch dann anders. Das ist am Anfang ein bisschen scary. Bei mir war der erste Reisemoment, ich war natürlich nicht zuerst irgendwie, keine Ahnung, in Bali, der feine Herr. Meine erste Reise war auch jetzt gar nicht eine selbstgewählte Reise. Also ich hab schon ein Jahr gesagt, ich mach's. Aber bei mir war es, ich war mit so, da war ich 13, 14 tatsächlich, eine Sprachreise. So schöne 90er. Ja. So schönen 90ern und ich war schlecht in der Schule, in Englisch. Meine Eltern so, ah, vielleicht kommt der von der 4 auf eine 2 runter, wenn wir nach England schicken. Und dann ging es damals, ich so, ja, ich fand es natürlich mega spannend, da war Schiss. Ich hatte wirklich so, hab ich nicht gezeigt. Cooler Typ, eine Prophetät, zeige ich nicht. Aber ich hatte echt Schiss. Und dann sitzt du allein mit so einer Gruppe, du kennst keinen, also ich bin alleine gefahren, mit so einer Reisegruppe, wo ich keinen kannte, die anderen Menschen ich kannte. Und dann sitzt du im Zug nach Ostende, riesen Abenteuer aus Ende, allein aus dem Zug raus. Also mit den anderen schon, aber dann auf der Fähre drauf. Und dann hat man so die ersten so im Abteil kennengelernt, hat so beschnuppert. Und da gab es diesen einen Moment, wo so die Angst gewichen ist, der Neugier, was da jetzt gerade so mit mir passiert. Das war auf der Fähre, von Ostende nach Dover. Und da gab es so einen Moment, da sind so die Jungs so, wo ich dachte, okay, das sind auch die coolen Jungs. Und irgendwie haben die mich so mitgenommen, wir waren so sieben, acht Typen. Und sind in dieser Fähre in Ostende oben ans Deck, so mitten in der Nacht. Es war ja keiner, der sagt, ihr müsst jetzt schlafen gehen oder so. Ja, okay, ich verstehe. Also dieser erste Moment so, okay, ich bleibe so lange wach, wie ich war. Du bist frei, ja. Ich bin frei. Freiheit. Freiheit, ja. Und dieser Moment dann oben am Deck. Und alle waren natürlich typisch Jungs, auch in dem Alter, wir waren alle obercool. Supercool. Bist du ja heute noch. Ja, ja, natürlich. Aber die hat sich das ja gehalten. Ja, immer Sonnenbrille auf, auch beim Schlafen. Ja. Und es gab dann diesen einen Moment, wo diese ganzen cool Jungs da oben saßen. Und einer hatte irgendwie illegal Kippen dabei. Und jeder hat gesagt, klar, rauche ich. Und alle hatten so die Zigaretten in der Hand. Keiner konnte rauchen. Das haben alle irgendwie gewusst oder gepafft. Und dann gab es aber diesen Moment, der diese ganzen coolen Jungs dann und mich vor allem dann sehr bewegt hat. Weil wir waren mitten in der Nacht, du bist auf dieser Fähre, du hast dieses Rauschen auch. Du hast diese Nacht. Es war warm, es war im Sommer, Sommerferien. Und dann sahst du die ersten Lichter von Dover, vom Hafen, über dem Meer, über dem Kanal. Und da hast du richtig gemerkt, da standen diese ganzen coolen Jungs an der Reling, guckten in diese Nacht rein. Mond. Es ist nicht ganz dunkel durch den Mond. Du hast dieses Mondlicht, was ja schon magisch ist, was man mit einem macht. Auf dem Wasser. Auf dem Wasser dann diese Spiegelung und hast dann diese bunten Lichter, rot und grün, so diese von diesem Hafen. Und darauf fuhren wir zu. Und alle, keiner hat was gesagt, aber jeder wusste, wow, oder hoffte, da kommt jetzt ein Abenteuer. Und wir spürten schon die Freiheit und diese Aufregung, diesen Nervenkitzel, dass was jetzt passiert in unserem Leben, was wir vorher noch nie erlebt haben. Und wir haben diese Freiheit dabei. Und dieser Moment und die drei Wochen, die ich jetzt nicht ganz erzähle, die waren so toll, da habe ich in dem Sinn Blut geleckt. Dass da draußen ja noch mehr ist als mein Dorf, noch mehr ist als meine Schule, meine Clique, meine Bubble und was die Leute bei mir in der Pfalz so denken. Und da bin ich meinen Eltern auch tatsächlich dankbar, dieses Privileg gehabt zu haben, was wir viele nicht hatten, dass sie mich weggeschickt haben. Die Note ist nicht viel besser geworden, drei Minus oder so. Aber ich habe ganz viel gelernt. Ich habe einen Schülerausweis gefälscht, da konnte ich damals 1990 das WM-Finale gucken in einem Pub. Also ich habe sehr viel gelernt und Freiheit gespürt. Und das hat mich eigentlich ganz doll bewegt, das öfter zu machen. Und seitdem habe ich dann Geld gespart und habe Jobs gemacht, auch in den Ferien, um halt raus zu können in die Welt. Ja, es ist schön, dieses Gefühl, dass man nicht weiß, was kommt. Aber es wird super und es kann alles passieren. Also ja, Freiheit, Spannung, leichtes Kribbeln, mega. Und darum geht es hier heute. Und danach haben wir auch euch gefragt, da draußen. Und wir haben jetzt so ein paar Sachen mal. Fangen wir einfach mal an, oder? Ja, wir haben, also es war wirklich schwer, bei diesen ganzen tollen Geschichten rauszusuchen. Und die, die wir haben, sind auch teilweise so wie kleine Romane, tolle Reise-Romane. Wir haben die ein bisschen gekürzt, aber ich glaube, da sind tolle Sachen dabei. Und wir wollen mit Kirsten Adam anfangen. Die hat es uns geschickt. Hier ist die, ich lese mal vor. Ich bin der Leser heute Abend. Machen wir den Leser-Onkel. Ich bin der Leser-Onkel heute Abend. Und in einer leicht gekürzten Fassung für den Podcast Reisen, Reisen. Von Kirsten Adam. Fernreise. Pauschal. Hotel in Sanur mit deutschsprachiger Reiseleitung, die vor allen Aktivitäten außerhalb des Hotels warnte. Viel zu gefährlich. Auf dem Markt in Denpasar sind wir dann mit einem kanadischen Paar mit großen Rucksäcken ins Gespräch gekommen, die uns erzählten, dass sie am nächsten Tag zu einer kleinen Insel vor Bali aufbrechen würden. Auf eigene Faust. Man würde sehen, wie man da hinkäme und ob wir mitwollten. Großes Fragezeichen. Haben im Hotel Bescheid gesagt, dass wir jetzt eine Woche unterwegs seien, haben einen Handgepäck-Rucksack gepackt und sind am nächsten Tag mit den beiden mit den öffentlichen Fähren von Padangbai nach Lombok. Von dort dann mit dem Minibus nach Norden, wo es in einem Holzboot weiterging, auf dem während der Fahrt mit einer Konservendose Wasser herausgeschöpft wurde, was ständig nachlief. Ein anderer Reisender spielte währenddessen Gitarre. Die Insel war Gili-Dravangan. Damals gab es zwei Restaurants und ein paar Bambushütten ohne Strom zum Übernachten. Wir mussten zum Bad 200 Meter zu einer Hütte auf einem Feld laufen, in der als WC ein Loch im Boden war, in dem Frösche wohnten. Die Dusche war die bekannte Kiste mit kaltem Wasser und Schöpfkelle. Alles wurde on the go organisiert. Wir haben auf der Fahrt und auch vor Ort viele Indonesier kennengelernt und natürlich auch andere Reisende. Alle mit Geschichten und Philosophien, die mich endlos fasziniert haben. Mit Substanz. Und wir hatten begonnen, das Land endlich ohne Klemmer und Bevormundung durch Dritte zu erleben. Das wollte ich. Ich hatte mich noch nie in meinem Leben vorher so frei und so glücklich gefühlt. Kompletter Augenöffner. Danach bin ich bis heute immer nur individuell gereist. Danke Kirsten. Danke Kirsten. Das ist witzig, dass das jetzt auch auf Bali ist und Jan Passat. Also letztlich der Ort, an dem ich ja auch die warme Wand erlebt habe. Verrückt. Ich habe so ein bisschen Gänsehaut, weil ich fühle es. Ich sehe es auch vor mir. Also ich hatte nie diese, dass ich wirklich aus dem Hotel dann weg bin. Also das hatte ich jetzt nicht, dass ich pauschal gebucht hatte. Also ich bin öfter mal tatsächlich schon mal, als ich jünger noch war, also auf kleineren Reisen, bin ich dann auch mal aus der Hotelanlage vorne raus, um einfach mal zu sehen, was ist denn da? Die Welt kann doch nicht einfach aufhören hinter diesen Mauern. Aber da steckt ganz viel drin. Ich finde, da steckt ganz viel drin. Auch die Selbstermächtigung, etwas zu tun, etwas selbst zu entdecken, dass man natürlich erstmal nicht das Schlimmste erwarten muss, wenn man dann rausgeht, wen man trifft, wie es auch anders funktioniert. Boot, Wasser läuft rein, Wasser läuft raus. Ja. Ja. Ja, verdammt. Ich glaube, wir saßen im selben Boot. Wir sitzen im selben Boot. Ja, und man kann dabei, und ich kenne das auch aus Asien, von Bootsfahrten, ja, gibt es da Momente, wo man auch mal vielleicht denkt, oh Gott, geht das gut? Ja, und warum spielt er jetzt Gitarre, Alter? Ja, aber das hätte mich beruhigt. Also wenn da ein Typ auf dem Boot sitzt, wo Wasser reinläuft, mit ganz gemütlich Wasser wieder rausgeschöpft wird, und nebendran sitzt jemand und spielt Stairway to Heaven. Ja, Stairway, ja. Das vielleicht nicht, aber spielt irgendwas Fröhliches. The End von The Doors. Ja, sowas, ja. A Riders on the Storm. Ja, das hätte gepasst. Das hätte gepasst. Dann hätte mich das beruhigt. Also das ist so, also das finde ich, das fällt mir gerade ein. Was ich wirklich mache in so Momenten, wo ich unsicher bin, gucke ich, was die Einheimischen machen. Also die Männer, die Frauen, die Kinder, die Familien, die dort sind, wie die gerade reagieren. Also wenn ich, bevor ich ausraste vor Angst oder vor Unsicherheit, gucke ich erstmal, wie die anderen so reagieren. Also das kann ich immer nur so mitgeben. Erstmal gucken, was machen die, die das hier kennen. Ja. Das ist meistens ein ganz guter Kompass. Ja. Und Mund auf Machen, Fragen. Wenn es geht. Soll auch funktionieren. Mich erinnert, ich werfe auch nochmal eine Anekdote ins Rennen. Das ist tatsächlich auf derselben Reise gewesen, als ich gegen die warme Wand gelaufen bin, aber halt zwei Monate später. Das heißt, ich hatte, das war nach der Schule, ich hatte mir den Zeitraum, ich konnte meine Sachen irgendwo unterstellen bei meinen Eltern und konnte einfach weg. Zwei Monate später war tatsächlich wieder so ein Moment, den ich niemals vergessen werde, den man nicht unbedingt nachläuft, aber der immer bleibt im Herzen. Und das war auf Koh Samui in Thailand, da warst du auch schon. Ja. Und es war tatsächlich, ich saß auf einer Frachtfläche von einem so ein Pickup-Truck oder so, weißt du, so ein Jeep oder so, ne? Die fahren ja eigentlich fast das zweitmeißverkaffte Auto, glaube ich, so ein Pickup-Truck. Ja, und rechts und links und hinten auf der Frachtfläche sind so Bänke. Manchmal, wenn du gehst, ist noch ein Dach drüber und da sitzt du dann halt so und wirst durchgeschüttelt. Ja, 60 Leute, wo eigentlich sechs Platz hätten in Deutschland. Genau, und dann halt einfach Staccato auf dem Steiß, Schlagloch und so. Und da sitzt du und wirst so durchgeschüttelt und in dem Fall war keine Plane drüber, sondern der Wind, dieser heiße Wind, die warme Luft wehte so durch mich durch und an mir vorbei und so. Und rechts flackerten Palmen wirklich im Millisekundentakt vorbei, links war der Dschungel, wenn wir mal standen oder so, weil irgendwie Verkehr war, hörte ich so dieses Zirpen und so, dieses wilde, tiefe Zirpen, wo du merkst, da ist ganz viel los in diesem Wald. Und dieser Moment, also wie ich da so durch, das war der Sonnenuntergang, also das war der Ende eines langen Tages, weil wir mit der Fähre, also wenn wir am Thema Schiffsverkehr, vom Festland nach Koh Samui gekommen waren. Wir, sage ich, ich war alleine unterwegs, aber wir Backpacker, wir Reisende, würde ich mal sagen. Und das ist auch so, dass du triffst ja immer Menschen. Und wir haben da, ich und diese Leute, die ich kennengelernt habe an Bord dieser Fähre, weiß nicht, sind wir da stundenlang, saßen wir in der brütenden Hitze draußen auf dieser Fähre, sind dann ausgespuckt worden in den Hafen, sind dann so verteilt worden, oder beziehungsweise wir sind dann auf irgendwelche Jeeps gestiegen, die dann hieß, wir fahren zu dem Strand, zu dem Strand, also sind dann irgendwie Schildern gefolgt und so. Was ich sagen will, dieser Moment, als ich da saß und da durchgeschüttelt wurde, war eigentlich nicht gemütlich. Es war halt sozusagen die Hölle für meine Wirbelsäule, es war mir dem Alter halt egal. Es war unglaublich schön, weil die Sonne in dieser Regenzeit da unterging, es war so orangenes Licht, war so vor rechts, übers Meer schien so und auch diese Sonne mich immer noch wärmte auf der rechten Wange. Das war so ein Moment, in dem nicht klar war, wo ich in 10 Minuten bin. Ich wusste nicht genau, wo ich vor 15 Minuten war, also halt am Hafen, okay, aber es war alles so chaotisch da, weil da so viele Leute waren. Aber ich wusste mit zwei Monaten Reiseerfahrung, es wird irgendwie gehen. Ich werde da ankommen, ich werde ein paar Hostels abklabbern, werde mal was fragen, werde ein paar Sachen vergleichen, werde mir ein Zimmer angucken, werde vielleicht jemanden finden, mit dem ich mir was teilen kann. Ich habe mir dann mit zwei Schweizern irgendwie eine Hütte geteilt am Strand. Ich weiß noch nicht, wo ich esse, aber ich werde was finden. Ich weiß noch nicht mehr, wo ich in einer Woche bin, vielleicht bleibe ich auch da. Also wir sagen, alles ist offen, aber trotzdem ist irgendwie alles auch sicher, weil ich irgendwann verstanden habe, dass das jetzt mein Zuhause ist. Mein Zuhause ist unterwegs. Ich gucke da an mir runter, diese alten Flipflops, der ausgeranzte Rucksack, der damals schon nicht mehr konnte, habe ich noch 20 Jahre mit mir rumgeschleppt. Also ich will sagen, Reisen als Einstellung so für mich entdeckt. Und Kirsten hat ja auch das erste Mal diesen Eindruck davon, was das ist, was Reisen eigentlich sein kann. Die Verkehrsmittel der anderen zu nutzen, ganz eng mit den Leuten zusammenzuarbeiten, dass du die kennenlernst, dass du die triffst, dass sie dich weiterbringen, dass du Fragen stellst und dass es immer irgendwie weitergeht. Und daran hat mich das jetzt gerade erinnert. Schön. Sehr, sehr schön. Nächste Geschichte habe ich, Jochen, und zwar von Anna. Anna. Anna hat geschrieben. Danke, Anna, erstmal dafür. Hallo. Ja, und auch ganz leicht gekürzt. Anna schreibt, letztes Jahr habe ich beschlossen, Surfen zu lernen. War zweimal in Portugal und einmal auf Bali. Dort habe ich mir täglich ein Board geschnappt und mich in die Wellen gestürzt. Blaue Flecken und Schürfwunden waren mein Daily Business. Aber als ein Tag im Line-Up, in Klammern, hinten, wo die Wellen brechen, Klammer zu, danke für die Erklärung. Muss sie nicht. Ja, ich auch nicht. Aber als ein Tag im Line-Up, jetzt haben wir das gelernt, es angefangen hat zu regnen, war das so ein magischer, außergewöhnlicher Moment, dass ich mir gesagt habe, dieses Gefühl von Freiheit will ich nicht nur zwei-, dreimal im Jahr, das will ich öfter. So. Jetzt habe ich meinen Job gekündigt und gehe ab April auf Reisen, damit ich noch mehr Wellen reiten kann und dieses wundervolle Gefühl spüren kann. Liebe Grüße aus Hamburg. Ja, geil. Ja, das ist eine Ansage. Also erstmal, der Moment ist toll, weil es eigentlich ein kleiner Moment ist. Ich bewerte das nicht, aber ich finde es toll, das so zu hören. Und dann zum anderen der Move halt, der große Move, zu sagen, ich mache das jetzt einfach mal, ich kündige meinen Job. Respekt. Erstmal viel Glück dafür. Also ich habe großen Respekt vor Leuten, die das tun und machen und sich dann Gedanken machen. Ganz ehrlich, ich habe wahrscheinlich in meinem Leben, ich habe ja erstmal Glück, dass ich sehr früh so viel reisen konnte und gemerkt habe, das ist wichtig für mich. Deshalb war ich total viel unterwegs. Das ist schon mal super. Aber ich habe auch während diesen ganzen Reisen tausendmal über diesen Moment nachgedacht, diesen Schritt nachgedacht und fast in jeder, in jeder Ecke der Welt, wo ich war, wo ich ein bisschen länger war, habe ich mir immer so mal den Gedanken gemacht. Es gab immer den Moment, wo ich irgendwann mal abends da saß, nach ein paar Tagen, wenn ich es so schön fand, wo ich überlegt habe, wie wäre es jetzt eigentlich, hier zu bleiben oder wieder herzukommen und hier zu leben. Vielleicht nicht für immer, aber vielleicht für ein Jahr, zwei, um da so ein bisschen tiefer, weißt du, so unter die Haut von der Stadt, von der Region, von dem Land zu kommen. Also den Gedanken des Auswanders. Für mich, ich habe jetzt so in der Mitte, im Frühherbst des Lebens, wie du das immer so schön sagst, könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, komplett auszuwandern. Weil ich auch so vieles in Deutschland schätzen gelernt habe, über die Zeit halt auch. Aber ich könnte mir auch vorstellen, mal ein Jahr da zu leben oder ein Jahr da zu leben, nicht ein Auswanderer in eine Region zu sein, sondern in die Welt zu sein, immer wieder diesen Anker zurück zu haben oder mal länger für ein paar Monate. Aber diesen Gedanken, den hatte ich schon, wie oft, bin den Schritt aber nie gegangen. Ich habe das auch ein paar Mal, wir fallen dazu zwei Sachen an. Erstmal das, das hatte ich jetzt glaube ich nicht so oft wie du da, wenn du es so beschreibst, aber ein paar Mal. Ich weiß ja ganz genau, in Afrika auf irgendeiner Tour, also völlig in so irgendeinem Bergdorf. Also das wäre auch, wäre ich da geblieben, wäre es jetzt nicht so leicht geworden. Aber da erinnere ich mich noch ganz genau an so eine Situation, wo ich an so einem Felsvorsprung, also praktisch auf so ein Tal runtergeguckt habe und dachte so, was passiert jetzt eigentlich, wenn ich morgen nicht weiterfahre? Und dann gibt es auch noch diese Situation, was du vielleicht auch kennst, ist dieses, dass man auch das Gefühl, wenn man Leute trifft, wenn man mit Leuten ins Gespräch geht und wirklich auf die Leute zugeht und irgendwo wirklich, also mit Haut und Haaren halt irgendwo isst sozusagen, also nicht essen, sondern sein, dann ergeben sich auch immer Sachen. Also es sind vor allem die Hosteljobs natürlich, ja ich bin der und der aus Australien, ich bin hier seit sechs Monaten jobben und nächstes Mal weiß ich, also es gibt, die Welt hört, du gibst dein Gehirn her an der Grenze ab, sagen wir immer, die Welt hört sich auch nicht auf zu drehen. Ich kann mir auch immer gut vorstellen, dass es gab bestimmt so zehn bis 15 Momente auf all meinen Reisungen, wo ich definitiv hätte arbeiten können, bis sie rausfinden, dass ich eine totale Nullnummer bin, aber bis dahin hätte ich da arbeiten können. Ja, dann hast du ja mich getroffen und dann dachte ich, der Dizi, der fällt das nicht auf, denkst du. Ja, aber das andere, wo ich auch den Hut ziehe, bei dem ich auch die Hut ziehe vor Anna aus Hamburg ist, ich habe nicht den Job gekündigt, aber ich habe diese Auszeit halt gemacht, also dieses, wo du wirklich machst, ich mache jetzt mal den Cut für drei bis sechs Monate und haue halt auch, wenn ich schon im Berufsleben stehe, weil so einfach ist es ja auch nicht, man kann ja nicht immer weg, man hat Verpflichtungen, das ist bei uns auch so, das ist ja nicht so, dass man jetzt vogelfrächtig gegen schwirrt, sondern man hat ja auch Menschen, für die man Verantwortung haben will oder was auch immer. Ja, aber diesen Cut mal zu machen, das steht da ja auch drin bei Anna, dass man das, wenn es geht, Gott, wir richten nicht darüber, wer das machen kann oder wer nicht, aber wenn die Möglichkeit besteht und ihr seid bei 50-50, sage ich, mach 51, dass du es tust. Ja. Mach es lieber, als es zulassen. Man kann es ja auch schrittweise ausprobieren, also es gibt ja auch so Fernsehsendungen, hier so Auswanderersendungen, so wie ich glaube bei Vox oder so läuft das und da gucke ich manchmal immer gerne rein, weil da sind ja Leute, die wollen, das heißt glaube ich sogar Goodball-Deutschland, oder Goodball-Germany, ich weiß es nicht und da sind immer Leute, die fliehen so von Deutschland, weil sie ihr Leben nicht auf die Reihe bekommen haben. Das ist meistens, oftmals ist es schlechte Wahl zu sagen, ich gehe woanders hin, wenn es schon zu Hause nicht läuft, also wenn ich die Leute so angucke, das ist meistens unterhaltsam, manchmal kann ich es aber auch nicht gucken. Ich glaube, der Weg ist so, wie Anna das macht, die merkt, da ist ein Gefühl, sie flieht nicht von zu Hause, sondern sie entscheidet, sie ist neugierig, ich probiere mal ein anderes Leben aus, aus Neugier und nicht, weil es zu Hause nicht läuft. Ich glaube, weil die Probleme, die du zu Hause hast, die wirst du auch nach, keine Ahnung, wo immer du hingehst, nach Portugal oder Bali oder wo auch immer du hinziehst, die wirst du natürlich wahrscheinlich immer ein bisschen mitnehmen. Manchmal macht es die Sonne und das bessere Wetter einfacher oder wenn man weit weg vom Finanzamt ist oder von den Eltern oder vom Ex-Partner oder Partnerin, aber ich gebe dir völlig recht, wenn es 50-50 ist, eher 51% mal auszuprobieren und dann aber im Guten mal gehen und nicht fliehen. Das kam mir nur irgend so im Gedanken. Ja stimmt, nicht gegen was, sondern für was. Aber lass mal weiter gucken, oder? Ja, wir haben jemand, das ist ja auch toll, wir haben nicht nur Geschichten bekommen, die geschrieben sind, wir haben auch Sprachnachrichten bekommen oder Sprachnachrichten, egal in welcher Bubble ihr es habt. Sprachnachrichten? Ja, habe ich auch schon gehört, Sprachnachrichten, junge Leute reden so. Ich bin nur cringe und probiere das aus und gucke in dein entgeistetes Gesicht und dann nenne ich es ab jetzt auch wieder einfach Sprachnachrichten. Und Linda, Linda hat uns eine ganz tolle Sprachnachricht geschrieben. Geschickt, Alter. Geschickt. Der Sprana hat sie uns geschickt. Sehr gut, du bist drin. Hat sie eingespoken. Die hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Wir haben die auch ein bisschen gekürzt. Vielen Dank, Linda. Wir haben das als Hörspiel super gerne gehört, alle. Das war toll. Wir haben so eine Stelle aus deiner Geschichte rausgenommen, Linda. Linda hatte die Idee, ans Nordkap zu reisen. Mann, Skandinavien, der nördlichste Punkt Europas, das Nordkap. Super. Und sie hat das auf eine Art und Weise gemacht, auf die wäre ich jetzt gar nicht gekommen, sondern sie wollte per Anhalter, nicht durch die Galaxis, sondern per Anhalter ans Nordkap, Anhalterin ans Nordkap. Das lief auch sehr, sehr gut, über hunderte von Kilometern. Und dann irgendwie so ein, zweieinhalb Kilometer vor dem Nordkap ist sie dann irgendwie auf der Straße gestrandet. Und da war nur noch so eine Baustelle mit so Baustellen-Container, wo Leute gearbeitet haben. Es wurde immer kälter draußen. Der Wind hat sie fast umgehauen. Sie ist fast weggeflogen. Sie ist dann in die Baustelle rein, in diese Container. Und die Menschen waren da sehr, sehr nett. Und haben gesagt, hier, hier ist es warm. Setz dich hier rein. Setz dich in den Container. Und da vorne in dem Containerraum, von da kannst du die Straße beobachten. Also du musst nicht mit dem Daumen raus an der Straße stehen. Und dann ist Folgendes passiert. Wir hören Linda kurz zu. Von dem einen Fenster konnte ich super die Straße beobachten. Und wenn dann alle 20 Minuten mal ein Auto vorbeigefahren kam, rannte ich nach draußen, versuchte nicht vom Wind umgeweht zu werden und versuchte die Straße zu erreichen und hielt dann wieder meinen Daumen nach draußen in der Hoffnung, dass das vorbeifahrende Auto mich mitnehmen würde. Das hat dann erst beim vierten Versuch tatsächlich geklappt. Dann ist jemand angehalten mit seinem ausgebauten Vito und nahm mich mit. Ja, ich fuhr dann mit ihm mit. Wir verstanden uns wirklich super. Und irgendwie endete das Ganze damit, dass ich einfach die nächsten drei Nächte und Tage bei ihm im ausgebauten Auto unterkam. Und diese drei Tage waren wirklich mit Abstand die Aufredung, die jüngsten und kältesten und besten drei Tage meiner ganzen Skandinavienreise. Also ich schlief in meinem Schlafsack, der leider nur auf 15 Grad ausgelegt war. Es war Wirklichkeit. In einem Auto, was vom Wind die ganze Nacht einfach hin und her geschwenkt wurde und mit einem Menschen, den ich gerade erst kennengelernt hatte. Ich kochte Nudeln und Kaffee mit seiner Campingausrüstung und stapfte durch wirklich unberührten Schnee, da es da außer uns wirklich so gut wie keine anderen Touristen gab. Wir sind dann ganz früh am Morgen mit dem Auto von dem Parkplatz am Nordkap zu dieser Weltkugel gefahren, die da am Nordkap steht. Und diese Szenerie werde ich wirklich einfach nie vergessen. Es ist alles weiß. Außer uns sind keine Menschen da, da die Busse mit den Touristen erst viel später kommen. Die Klippen gehen krass steil nach unten. Und wenn man gegen Norden schaut, dann sieht man einfach nur ein scheinbar endloses Meer. Und die Sonne glitzert auf das Wasser. Also das alles hätte ich so nie erlebt, wenn ich dieses Abenteuer mit dem Hitchhiken, was Neues aufs Probieren und auch offen für was Neues sein, wenn ich das nicht gewagt hätte. Und ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe. Das kennen wir doch für coole Leute, oder? Wow, Linda, was ein Ding, was eine Geschichte. Danke, danke, dass du uns da teilhaben lassen und das so schön erzählt hast. Ich habe es sofort gesehen. Also ich bin jetzt kein Typ für die Kälte. Also ich fahre lieber in die Sonne als da, wo es Schneeweiß ist. Aber das hat direkt Lust gemacht, das Nordkap auf der Oben. Ja, vor allen Dingen. Ich meine, allein schon zu sagen, ich will im März ans Nordkap. Das allein schon ist eine Ansage, wenn man mal einen Schritt zurücktüren und sagt, warum ausgerechnet jetzt im März? Entweder war der Druckball in der echt groß, dass das jetzt sein musste. Oder sie sagte, sie wollte mehr. Das ist ja eiskalt. Und sie hat ja auch wirklich von Wind auch noch erzählt in der Geschichte, der so doll war und wo sie sich am Stein festhalten musste. Fast weggeflogen. Und dann per Anhalter. Ich meine, da ist wirklich kein Mensch unterwegs auf der Ecke. Das muss man wollen und das ist cool. Aber dann das Glück, weil der Typ, der sie mitgenommen hat, der kam aus Deutschland. Der kam aus der gleichen Stadt wie sie. Also das sind ja auch so magische Momente. Die hat man nicht auf jeder Reise, klar. Aber sie können passieren, je mehr man unterwegs ist. Ja, und es ist Glück. Aber Glück muss man auch herausfordern. Das heißt nicht, dass das immer passiert. Aber das sage ich dann. Es ist ja wieder total Glück, dass du jetzt da irgendwo beim Schnorcheln den Rochen gesehen hast. Ja, aber wäre ich da nicht hingefahren, hätte mein Kopf nicht unter Wasser gehalten. Dann wäre die Chance gleich null gewesen. Und so ist es bei Lina auch. Sie hat sich in die Situation begeben. Sie wusste nicht alles. Es war nicht alles ausstaffiert. Und sie hat, wie sie es selber gesagt hat, eines der schönsten Reiseerlebnisse überhaupt gehabt. Eine Sache fällt mir dazu noch. Das Thema alleine reisen. Sie war ja alleine auch noch unterwegs. Herzlichen Glückwunsch. Also stark. Alleine reisen ist in unserer Meinung bei Reisen, Reisen eine der großen Errungenschaften des Reisens. Ja. Ich kann da nochmal eine Geschichte zu erzählen. Sehr gerne. Weil wir ja auch von unseren Reisern, also eine der Sachen, die mich nochmal zum Reisen, die für mich die Liebe zum Reisen zusammenfasst. Und darum geht es ja heute. Steht übrigens auch im Buch, wie auch die anderen Geschichten, die wir euch hier erzählt haben. Die Reise von Michael nach Großbritannien. Wir haben es heute gekriegt. Also es ist dann, wenn du so lange dran gesessen hast, willst du auch nochmal anfassen? Ja, ich wollte gerade, es ist schon geil. Es hat ein schönes Papier auch. Es hat so ein sehr raues, natürliches Papier, wo man erst so denkt, ja, muss das? Aber es ist eigentlich total smart. Es ist ein Naturkarton, das ist recycelt und alles. Also das, was wir ja wollen, dass man nachhaltig unterwegs ist. Es ist wirklich schön. Schöne Bilder. Und das Buch ist schön und nachhaltig. Also wir sind sorry, dass wir jetzt gerade so ein bisschen verliebt sind. Ich habe ein bisschen abgelenkt, aber ich habe das Buch jetzt gerade in der Hand gehabt. Nein, aber das ist die Geschichten zum Beispiel von Michi da und von mir eben gerade mit den großen Momenten. Die stammen so aus unseren ersten Kapiteln in dem Buch, wo wir beide unsere Reisebiografie aufschreiben. Und das, was jetzt kommt, heißt der Elefant und ich. Also so heißt die Geschichte, in der ich das ungefähr viel länger und schriftlich verarbeite, was ich jetzt kurz, was mir dazu einfällt, zu Linder. Und das ist das Thema alleine reisen. Denn ich habe auch einige Momente auf Reisen gehabt, die hätte ich niemals, also hätte ich einfach nie erlebt, wenn ich nicht irgendwann gesagt hätte, ich fahre da jetzt alleine hin. Und ich weiß noch ganz genau, ich saß in einem Zelt in der Serengeti in Tansania und es war dunkel. Und es irgendwie war so ein bisschen unheimlich, weil es draußen so rasch war. Ich dachte so, naja, wer kommt denn da jetzt? Vielleicht ein Löwe oder so. Ich weiß es nicht, aber vor allen Dingen durchströmte mich an dem Abend sehr große Freude. Denn ich hatte an dem Tag das erste Mal im Leben einen Elefant in freier Wildbahn gesehen. Und das hat mich zutiefst bewegt, weil ich das immer gewollt habe. Das war ein Kindheitstraum von mir. Ich habe damals schon so ein Fotoband gehabt, in dem so Elefanten drin war. Ich sagte, das muss ich einmal sehen. Und das hat mir meine Eltern geschenkt. Und jetzt war ich da. Und der Grund, warum ich da war, war unter anderem auch, weil ich alleine gereist bin. Denn ich weiß noch, ich habe ein paar Monate davor, habe ich rumgefragt im Freundeskreis auf irgendeiner Party. Ey, ich will, ich glaube, ich weiß rückblickend, warum keiner mitgekommen ist. Erstens wegen mir natürlich, aber zweitens auch, ich habe gesagt, ich würde gerne drei Monate lang in Afrika, von Nairobi bis nach Kapstadt mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Wir kannten uns doch nicht. Ja, genau. Du wärst vielleicht willkommen. Ich wäre so, alter, beste Idee ever. Und die anderen so, können die Nerds raus? Es wurde stiller. Und ich weiß auch nicht, vielleicht lag es auch an mir, keine Ahnung. Auf jeden Fall, es war keiner am Start. Es muss ja auch erstmal jemand so viel Zeit haben. Ich hatte in dem Moment so ein Zeitfenster. Ich habe gesagt, komm, ich mache das jetzt einfach. Und hatte auch natürlich die totale Ochsentour. Also teilweise Busfahrten von 14 Stunden, wo Reifen gewechselt. Vier Reifen wechselt, ein Ersatzreifen. Einfach mal zu Ende denken. Gruß, Gruß an meine Eltern. Also es war alles sicher da. Ja, Mama, es ist alles in Ordnung. Aber dann irgendwann kommst du in einen Ort, in dem Fall Tansania, Arusha, kannst dir eigentlich keine Safari leisten. Bist aber da als Reisender. Viele Reisende kommen da hin und haben schon eine Safari gebuht. Und ich treffe zwei Engländer. Die haben dasselbe Thema. Das heißt, die haben auch keine Safari. Wir gehen rum und merken, last minute fällt manchmal noch was vom Laster, wenn jemand krank wird oder eine Reise absagen muss. Wir kriegen auf einmal drei Plätze auf einer richtig coolen Safari für viel weniger Geld. Fahren hin. Fahren drei Tage durch meinen Traum, die Serengeti. Das war ein Traum, der für mich wahr wird. Und dann habe ich diesen Elefanten gesehen, der, ich weiß es noch wie heute, der durch eine riesige Steppe mit so pastellfahrendem gelben Gras und so wundervollem Licht auf uns zukam. Riesiger, großer Elefant. Der aussah, der muss 80 Jahre oder so alt gewesen sein und kam ganz in Ruhe auf uns, nur auf unseren Jeep und schnaubte so. Ich höre das Geräusch heute noch. Und ich saß abends in meinem Zelt und war zutiefst beglückt. Und dann raschelte es nochmal draußen. Gleich gehört die Geschichte auf. Die ganze, wie gesagt, steht im Buch. Ich erspare euch das meiste jetzt erstmal kurz. Machte der, knopfte der Guide zusammen. Also kratzte so ein bisschen. Hey, komm mal raus. Was ist denn los? Was ist denn los? Ja, draußen ist eine Herde Gnus, glauben wir. Dann gehst du so raus. Gehen wir so mit den beiden Engländern, an denen ich denen auch noch um den Hals gefallen bin. Da war ich so glücklich, weil die wussten, was ist denn mit dem los? So, dann fällt der uns am Hals und so. Gehen wir so durch die Dunkelheit. Und dann leuchtete er mit der Taschenlappe so in dieses Gras rein. Und dann guckten mich auf einmal so 100, ungefähr 100 leuchtende Augen an. Gnus. Ja, die so reflektiert haben. Ich hoffte, es war ein Gnus. Und die Geschichte hätte ich niemals erlebt, wenn ich nicht alleine losgefahren wäre, wie Linda. Weil ich hätte es einfach sonst nicht erlebt. Ich habe hier mal geguckt in den Geschichten, weil als du geredet hast, Maike hat so eine ähnliche Geschichte geschrieben. Da geht es auch ums Alleinereisen und warum das für sie so wichtig ist. Zuletzt war das auf dem Jakobsweg von Porto nach Santiago de Compostela. Ich bin losgepilgert, weil ich vorankommen wollte in meinem Leben. Eine schwere Zeit hinter mir lassen und neue Leichtigkeit finden wollte. An einem Tag hat es furchtbar geregnet. Der Weg ging eine steile asphaltierte Straße hinauf. Ich war gletschnass und Dreck ist mir die Waden hochgespritzt. Und es war großartig, weil ich gemerkt habe, ich schaffe das. Ein Schritt nach dem anderen. Ich trage mich, meinen Rucksack und alles, was ich sonst im Gepäck habe, diese Straße hoch. Alles andere kann ich nicht kontrollieren. Nicht das Wetter und die Strecke und den Schmutz. Aber ich kann einen Schritt nach dem anderen gehen und mich auf mich selbst verlassen. Weil mich nichts und niemand auf meinem Weg so voranbringt, wie ich mich selbst. Und dafür liebe ich das Reisen. Dafür brauche ich es. Wow, Maike. Ja, da labere ich jetzt hier seit drei Jahren rum. Und Maike, bringst du dann halt mal um den Punkt. Ich wollte gerade sagen, Maike, hast du Lust auf einen Podcast? Hör auf jetzt. Ich habe doch sonst nichts. Ich weiß, für mich ist das ja auch ein soziales Projekt. Deshalb, Maike, sorry, ich muss ja weiter mein soziales Jahr machen, was nie endet. Aber toll, ich fühle das so. Diese Momente, ich hatte so einen ähnlichen Moment in den Bergen. Und da hat man es ja auch, man muss ja hoch. Und manchmal, egal wie fit man ist oder unfit man ist, es gibt diese Momente, da tut die Wade weh. Da gibt es den Moment, dann hat man zu wenig Wasser bei und Durst. Und da gibt es den Moment, wo man denkt, wieso mache ich den Scheiß eigentlich? Ich könnte doch, und wenn man da drüber ist, über diesen Moment, weil die kommen ja, Zweifel kommen immer. Egal wie geil es ist, wie toll die Reise ist und ob alles klappt oder was. Es gibt immer Momente, wo man irgendwie mal zweifelt, wo alles mal nicht so gut läuft. Wenn man über die rüberkommt, gerade beim Reisen, dann wird man meistens irgendwie vom Universum belohnt, weil man sich selbst belohnt. Und ich gehe sogar so weit, um da anzuschließen, zu sagen, dass das halt wieder eine Parallele zum echten Leben oder zum Leben ist. Es ist ja auch das echte Leben, aber zum Leben. Dieses Schritt-für-Schritt-Ding. Man kann es manchmal nicht mehr hören, wenn man in irgendeiner Situation steckt, auf die man keinen Bock hat. Aber der Weg ist das Ziel. Diese ganzen blöden Sprüche, sie stimmen. Also auch als wir in Südtirol waren, da sind Michael und ich verschiedene Pfade durch Südtirol gewandert. Und ich habe da auch natürlich, da gab es dann wirklich Strecken, wo ich wirklich zwei Stunden lang bergauf gegangen bin. Alter, da hatte ich keinen Bock mehr. Aber wenn du dich auf den nächsten Schritt konzentrierst und auch siehst, woran du vorbeiläufst, dann siehst du, was da ist. Du genießt den Moment, wer, und akzeptierst, dass du irgendwann ankommst. Und du kommst meistens früher an, wenn du nicht mehr darauf wartest. Und ich stimme da halt zu. Und das ist genauso wie im Leben. Es bringt ja nichts, wenn man eine riesen Aufgabe vor sich hat, muss man ja nicht immer, weißt du so. Also, wie ist dieses Amerikanische, wenn du Elefanten essen musst? Also, weißt du, es gibt da so einen Spruch oder so. Also, fang mit dem kleinsten Ding. Es wirkt unüberwindbar. Fang mit kleinen Schritten an und irgendwann kommst du an. Und das hat auch sehr viel Schönes, weil diese kleinen Schritte spätestens beim Reisen sehr erfüllend sein können. Großartig. Wir haben noch eine Sprachnachricht, Jochen. Ich hätte fast schon wieder Sprache oder Sprana gesagt. Aber Sprachnachricht, hast du Bock? Ja, klar. Karin hat uns auch eine ganz, ganz lange Sprachnachricht geschickt mit verschiedenen Geschichten. Karin hatte Bock. Karin aus Österreich hatte richtig Lust. Grüße mal an der Stelle nach Österreich. Wir sind ja nicht nur ein deutscher Reisepodcast, sondern ein deutschsprachiger Reisepodcast. Egal, wo ihr uns hört, wo ihr die Geschichten mithört. Wir sehen das ja auch immer, wir gucken auch immer, da sind ja manchmal ganz exotische Länder bei. Keine Ahnung, ob ihr da gerade Deutsch lernt oder ob ihr da lebt oder da reist. Von Tatschikistan bis, keine Ahnung, Lettland, haben wir immer wieder irgendwelche Leute in Afrika, in irgendwelchen Ländern, die uns hören. Und deshalb erstmal Grüße nach Österreich jetzt zu unseren Nachbarn. Und wir hören jetzt mal rein in die Geschichte von Karin. Von Österreich und Deutschland ist es gleich weit weg dahin, wo Karin jetzt ist. Ich freue mich sehr auf die Geschichte, weil ich war mit Jochen zuletzt dort in Australien. Im Jänner, Februar 2020, da war ich am Great Barrier Rift bei einer Tauch-Safari. Und ich muss dazu sagen, ich hatte 2014 einen schweren Verkehrsunfall und musste seitdem am Stock gehen. Und habe eigentlich dann im Zuge dessen Protzen eigentlich zum Reisen begonnen. Und weil ich mir gedacht habe, jetzt hast du eh nichts mehr zu verlieren, kannst du eigentlich allein dann auch verreisen. Und habe dann einige schöne Reisen unternommen. Und ich wollte eigentlich immer nach Australien. Und habe meinen ganzen Mut zusammengenommen und war dann Anfang 2020 bei einer Rundreise in Australien. Und da waren wir am Great Barrier Rift. Und wir sind bei dieser Tauch-Safari vom Boot, von dieser Plattform hinein ins Wasser. Und ich war, glaube ich, die Einzige der Frauen, die da allein reingegangen sind. Und ich muss dazu sagen, ich war noch nie schnarcheln davor. Ich hatte nur vorher eine kurze Einschulung dazu. Und bin dann rein ins Wasser, zwar mit einer Schwimmel aus Sicherheitsgründen wegen der Gehbehinderung. Und das war wirklich toll. Also ich war, glaube ich, eine Stunde quasi nur unter Wasser und habe diese tollen Fische da gesehen. Diese kleinen Nemo-Fische und was weiß ich, alles, was es da gibt. Und neben mir soll auch ein kleiner Hai, also ein harmloser Hai, geschwommen so ein Riesen, wäre schon kurz, ist mir gar nicht aufgefallen. Ich war nur erstaunt, was für eine tolle Natur unter Wasser ist. Und dann bin ich eben wieder rein ins Schiff und ich war so richtig, richtig stolz auf mich. Und da habe ich gewusst, es lohnt sich die ganze Trainiererei mit der Physiotherapie und Gymnastik, dass ich das eben erleben darf. Also es war richtig, richtig toll. Und wie ich dann das Boot verlassen habe, wollten die mir am Hafen eben die Hand geben, damit ich runter kann. Und dann hat der australische Besatzungsmitglied nur gemeint, der muss ja das nicht machen, schießt auf Goal. Also da war ich richtig stolz. Ich glaube, ich bin um 20 Zentimeter gewachsen. Das ist eine schöne Geschichte. Ja, mega. Da kann man nur den Hut ziehen. Ja. Eine Geschichte, die, als ich es der erste Mal gehört habe, ich hatte feuchte Augen einfach. Es hat mich echt berührt. In dem Sinn zu sagen, ich habe da irgendwie, egal ob das jetzt was Körperliches ist oder ich bin gerade nicht gut drauf und so. Das, was einem so erst mal im ersten Moment zurückwirft, wo man sich so in sich dann auch manchmal zurecht auch, das kann ich auch gut verstehen, dass man sich mal schlecht fühlt oder traurig ist oder vielleicht auch mal beleidigt ist. Das ist das gute Recht, dass man das mal fühlt und diese Gefühle hat. Aber dann zu sagen, ey, Mittelfinger, Mittelfinger, ich mache das jetzt trotzdem. Und dieser Outcome, diese Sachen zu machen, die man vielleicht denkt, ach, ich traue mir das nicht zu und dann trotzdem es versucht. Und wenn es dann klappt, mega. Ja, und auch die Belohnung. Das muss so schön gewesen sein, wenn man davon immer geträumt hat, dann mit diesen Fischen da zu schwimmen. Und das sich dann auch noch auf eine andere Ebene halt erarbeitet zu haben und dann halt irgendwie wahrscheinlich die souveränste Person auf dem gesamten Boot gewesen zu sein. Wir beide wissen ja, wie schlimm man aussehen kann, wenn man irgendwie im Neoprenanzug irgendwo so im Boot springt. Und Nudeln, wir hatten auch Nudeln. Ja, genau. Also von daher, du hättest wahrscheinlich uns auch abgehängt. Wobei der Hai natürlich viel größer war, der mich bedroht hat. Ich habe ja mit zwei großen Haien gekippt am Riff. Es gibt immer einen größeren Fisch. Welcher Film? Boah, Star Wars. Danke. Okay. Weiter machen. Gab es bei dir mal so ein Ding, wo du so einen Tränenmoment hattest? Oder du dachtest, wow, jetzt kommt alles so zusammen so irgendwie? Also muss ja nicht, aber du bist ja ja so eine Maschine. Nee, aber ich habe dann, ich habe so eine Maschine. Das klingt positiv und negativ zugleich. Als wäre ich so ein Empathiefrack. Also wenn ich das wäre, hätte ich dich ja nicht die ganze Zeit im Ruck sagen. Du weißt, was ich meine. Ich habe komischerweise diese Momente, wo ich Tränenmomente habe, habe ich oftmals so an Bahnhöfen oder Flughäfen. Also manchmal, wenn man unterwegs war, lang. Bei mir ist die Rückreise immer so der Moment, wo ich dann die Zeit habe, all das zu verarbeiten. Also ihr kennt das vielleicht ja alle, du kennst es ja auch, Jochen. Man ist ja, wenn man auf Reisen ist und unterwegs ist, man hat so viele Eindrücke. Man reist vielleicht von Ort zu Ort zu Ort. Und manchmal übertreibt man es auch mal. Also ich tendiere dazu, dass ich vielleicht dann zu viel mache, mir zu wenig Pausen in dem Sinn gönne. Weil die Pausen, habe ich mittlerweile über die Zeit und die Jahre auch gelernt, Pausen bei so Reisen sind schon ganz wichtig. Weil man dann mal auch so das, was man so erlebt hat, ein bisschen so realisieren kann. Und mir ist es oft passiert, manchmal auch wenn ich zu viel gemacht habe, dass ich dann, wenn es weit weg war, in einem Flieger saß oder in einem Zug saß und über alles nachgedacht habe, was für Begegnungen ich hatte und was für Momente hatte. Und dass es mich dann übermannt hat. Und dass ich dann irgendwie so fast, also dass ich dann auch wirklich geheult habe. Also dass dann irgendwas, was dann mich bewegt hat, mich gefreut hat oder dann auch traurig war, dass es vorbei ist. Also das ist ja auch was, was mich manchmal beschäftigt, wenn man so Reisen macht. Man kann ja nicht alle Reisen zwei, drei, vier, fünfmal im Leben machen. Also die meisten Reisen sind ja, macht man einmal im Leben. Und wenn das dann besonders schön ist, bin ich auch als Maschine, wenn du nicht guckst, dann bin ich dann auch melancholisch, weil ich so merke, okay, das war wunderschön und ich nehme das auch alles mit. Und ich nehme diese Momente auch schon mit. Aber manchmal bin ich dann auch so bewegt, das ist nicht wirklich Traurigkeit, aber so ein Bewegtsein und Dankbarsein, das mich dann zu Tränen rührt. Und ja, Demut auch, das ist mir so für den Moment. Also vor mir hast du jetzt noch nicht geheult, auch immer, wenn ich weggucke wahrscheinlich. Ich weine nicht, ich roste. Das ist eine schöne Übersprungshandlung, ich muss Gefühle zeigen, ich mache einen Spruch. Nein, nein, bei mir, nein, um Gottesdessen, aber wirklich das Gegenteil. Ich habe diverse Sachen, bei mir ist es ja dieser eine Reflex, von dem ich auch im Buch schreibe, ist dieser Moment, wenn ich diese Momente habe, sei es jetzt zum Beispiel vor dem Uluru in Australien, meine erste Australienreise, da hatte ich nur das Glück, dass ich zweimal hinkomme, weil dieser Podcast sich ergeben hat, und ich da 25 Jahre später nochmal hinfliegen durfte. Danke, ich danke, wie immer auch immer. Da stand ich vor dem Uluru, war oft so ein bisschen weit weg von den Leuten und habe wirklich versucht, mit aller meiner Kraft diesen Moment festzuhalten, was nicht geht. Man kann Momente ja nicht festhalten. Ich meine, warum machen Menschen Bilder, um Momente festzuhalten. Und das war auch so, als ich zum Beispiel, so ein Tränenmoment war auch, als ich dann endlich vor meinem ersten Bergkor, oder vor meinem einzigen Bergkorilla saß, in Ruanda, als wir eine Stunde dann da hoch durften. Das war ein Lebenstraum, den ich mir mit erst in den 30ern erfüllt habe, aus diversen Gründen. Und wenn da dann alle Synapsen zusammenkommen und es natürlich auch auf den letzten Metern noch klappt und man sich das so lange erarbeitet hat, welcher Weg das auch immer war, Träume, Kohle sammeln, Möglichkeiten, Frieden auch in dem Land, was auch immer. Und das dann zu erleben, das ist rührend, da ist man dankbar. Und das ist so etwas, was Karin vielleicht da auch erlebt hat. Und auch die Menschen, die uns sonst hier geschrieben haben und sich gemeldet haben. Und das sind ja die Momente unter anderem, nicht nur, aber für die wir das auch machen. Wie gesagt, du hast auch noch ein paar im Buch drin. Also wir haben da so, also das ist schon, das hat sehr viel Spaß gemacht, das aufzuschreiben, weil Schreiben ja auch nochmal anders konserviert. Und deshalb bin ich auf das Buch auch, ich sage es jetzt mal unter uns sozusagen, auch recht stolz, weil es tatsächlich auch gut ist. Es ist kein verschriftlichter Podcast, es ist wirklich eine schöne literarische Abhandlung von so 20 bis 30 Momenten, die das Reisen ausmachen. Und das macht mich auch sehr froh zum Beispiel. Als ich heute das Buch in der Hand hatte, war ich auch sehr gerührt. Ja, es gibt doch schon Momente, wo ich, also in der Mitte sind auch Bilder drin, wo ich auch gelacht habe, aber vor Tränen, weil Bilder von dir drin sind. Du hast manchmal einfach so eine lustige Körperlichkeit, deshalb lache ich auch mal. Und das sind die Besten aus 25 bis 30 Jahren. Das sind die Highlights, Alter. Ja, jetzt lachst du wieder. Es gibt schöne Bilder, die auch im Buch drin sind. Großartig. Ich habe, wir sind ja bei den Reisemomenten und ich will noch ein bisschen Input von euch da geben, aus der Community, hier in diese Folge, in diese Episode rein. Ich tue mir ein bisschen schwer, den Namen auszusprechen. Da steht aber auch einfach nur 17-ISBRN. Ist es Brim? Ist es Brim? Isabel aus Bern? Ich weiß es nicht. Es ist völlig egal, wie du heißt, ob du, du, ein Mann, eine Frau, etwas dazwischen oder drumherum bist. Und vielen Dank für den Moment. Ich lese ihn vor. Oder diese kleine Geschichte. Ist ganz kurz. Es sind die Momente, in denen man realisiert, dass es nicht nur die eigene Lebensrealität gibt, sondern so viele Menschen, die ein ganz anderes Leben führen und damit auch glücklich sind. Es hat meine Einstellung auf die Welt und auf meinen Alltag enorm verändert. Und als zweiten Punkt möchte ich die Schönheit der Natur anbringen. Auf meiner ersten Reise habe ich bemerkt, wie schön und unterschiedlich die Natur doch ist. Ich bin regelrecht süchtig geworden, schöne, andersartige Flecken der Erde zu entdecken. Das fühle ich so. Also dieses Naturding, was sich auch über die Jahre bei mir komplett verändert hat. Also von, keine Ahnung, von irgendwie muss immer mehr da sein und Strand oder so, bis hin jetzt, wo ich, keine Ahnung, ob das mit Älterwerden zu tun hat, die Berge toll finde, so seit fünf bis zehn Jahren. Und dieses Naturdings ist halt auch so das Ding, was mich gerade in den letzten zehn, 15, 20 Jahren immer mehr im Kopf so diese Schutzmechanismen hochfahren haben lassen. Also das drüber nachdenken, wie wir zwei auch in den 90ern und was auch immer gereist sind. Und da war der Flieger günstig und schnell war man von A nach B. Und irgendwann, aber durch die Natur und durch diese Erlebnisse in der Natur, ob das jetzt eine Wüste ist oder ein Wald ist oder die Berge oder Tierbegegnung, das eben von Gorillas erzählt, das hat mein darüber nachdenken, wie wir reisen, extrem verändert. Ich habe ein Buch da auch drüber geschrieben. Ich glaube, dass wir werden, wenn Menschen reisen können, wenn sie privilegiert sind zu reisen, wir müssen immer daran denken, wir gehören zu den zehn Prozent auf diesem Planeten, die wirklich reisen können oder ab und zu mal reisen können. Aber wir zehn Prozent sind mit dafür verantwortlich, wie wir reisen. Und ich glaube, Leute werden immer reisen, aber ich glaube ganz einfach, dass wir darüber nachdenken müssen, wie wir reisen in Zukunft. Und da gehört dieser Respekt vor der Natur und die Schönheit der Natur, die zu erleben halt dazu. Und das haben wir ja schon ein paar Mal auch in anderen Podcasts gesagt, aber ich wiederhole es immer nochmal, weil das gerade bei dem Thema Nachhaltigkeit so wichtig ist. Was man mal gesehen hat, gefühlt hat, geschmeckt hat, das will man vielleicht mehr schützen. Deshalb finden wir Reisen als Kulturtechnik so wichtig. Nur halt, dass man, wenn es geht, dann vielleicht lieber im Zug fährt. Wir sagen das immer wieder, dass man vor Ort bei den Einheimischen ist, weil man dann auch in einem Gästhaus, keine Ahnung, ich komme gerade auf Kambodscha, weil die nächste Geschichte auch was mit Kambodscha zu tun hat. Aber wenn man dann in Kambodscha in einem Gästhaus ist, von Leuten, von Khmer-Menschen, die das Gästhaus hochgezogen ist, dann kriegt man auch Kontakt zu Khmer, also zu Kambodschanern, Kambodschanerinnen. Und das ist meistens viel, viel besser als das All-Inclusive-Fünf-Sterne-Hotel mit Buffet und Bier von zu Hause. Ja, ich habe bei Natur, bevor wir nach Kambodscha gehen, habe ich auch noch einen anderen Aspekt. Bei mir war Natur immer wahnsinnig wichtig von Anfang an. Deshalb stimme ich da komplett zu bei den letzten Worten der Hörerin. Bei mir ist es, dass Natur noch wichtiger wird und fast so, also wie soll ich sagen, fast einen psychedelischen Moment hat. Also du weißt ja, es zieht mich sozusagen auch, dich auch, aber mich definitiv auch, das kann ich wirklich sagen, zu Orten, die eigentlich gar nicht mehr auf dieser Welt sind. Weißt du? Und da fällt mir halt so diese eine Situation ein, ist auch ein Kapitel im Buch, da geht es, im Buch heißt die, glaube ich, im Universum oder so. Im Universum heißt das, da geht es halt letztlich um eine Reise durch Bolivien, wo ich wirklich an einem Ort bin, der so lebensfeindlich ist, dass man da eigentlich als Mensch vielleicht gar nicht hin sollte, also wird nicht verboten, aber macht nicht so richtig viel Sinn eigentlich auf dem Papier, über 4000 Meter, nachts minus 15 Grad, tagsüber plus, mindestens plus 25, also riesige Temperaturschwankungen, unglaublich dünne Luft, Kopfschmerzen die ganze Zeit, bei mir zumindest. Und ich lag in so einem Betonverschlag irgendwo in der Wüste, wirklich schlimm, in so einem knatschenden Metall-Doppelbett. Da standen so 20 Doppelbette irgendwie in einem Raum drin, da waren insgesamt fünf Leute, die bei uns im Jeep halt mitfuhren. Aber es war günstig. Es war nicht mal günstig. Nein, es war der einzige Ort, an dem man pennen konnte, in der Atacama-Wüste, auf dieser Strecke. Wir sind so drei Tage von Chile Richtung Bolivien gefahren und mir ging es wirklich nicht mehr körperlich so gut, weil es einfach auch anstrengend war und wir uns auch völlig verausgabt haben, bei diesen ganzen Sachen, die es da so gibt. Also Salado Uyuni, so eine riesige Fläche, nur aus gleißendem Weiß, kilometerlang, spiegelnd. Also das ist wirklich, das ist fast ein konturloser, weißer, schriller Raum, durch den wir stundenlang mit dem Jeep gefahren sind. Absurd. Auf dieser Welt. Laguna Colorado, halt also einfach so ein roter See vor so einem schwarzen Vulkan, auf dem so riesige Salzschollen schwommen, was aussah wie, als wenn Eisschollen auf dem Blutsee vor dem schwarzen Vulkan schwimmen, auf dem auch noch Flamingos wohnen. Total absurd. Ich springe aus dem Auto aus. Ich so, ja, renne hin. Nach drei Minuten mussten sie mich fast zum Auto zurückträgen, weil die Luft ja so dünn war und ich hatte es vergesst. Was heißt auf Spanisch, der Typ bricht leicht zusammen. Genau, mal, einfach nur mal. Rapido, rapido, mal. Nein, aber, und was ich sagen wollte, dieses Naturding, und ich liege in diesem Verschlag, und was muss man, wenn es minus 15 Grad ist, in der Schlafsack gerade wärmer wird? Man muss auf Toilette. Ich schäle mich raus bei minus 15 Grad, wackele raus, will natürlich irgendwie die Natur pinkeln, weil es nicht mal eine Toilette gab an der Stelle, und gucke so auf den Boden, und der Boden, der schimmert. Also dieser trockene, karge Wüstenboden auf 4000 Meter, nur Stein und Geröll, schimmert so bläulich. Und irgendwann gucke ich nach oben, und das war ein Moment, den ich niemals vergessen werde. Dieses, und da, ich habe noch niemals das Wort Firmament benutzt. Weil das immer so groß klingt. Ja, Firmament ist groß. Aber ich schaute ins Firmament. Ich schaute in dieses Himmelszelt, und ich war 4000 Meter hoch, und ich hatte das Gefühl, ich stand im Universum. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Sterne gesehen. Und zwar nicht alleinander militärisch aufgereiht, sondern in allen Facetten. Es hätte eine eine Milliarde Lichterketten auf verschiedenen Höhen hochgegangen, verschiedenen Größen. Große Sterne, die blinken, wo ich fast dachte, ich kann die Konturen erkennen. Kleine Sterne, die immer weiter verschwinden zu so Milchstraßen, wo so wirklich so helle Schleier sich ziehen. Verschwenderisch viele Sternschnuppen, die da rüberjagen. Wirklich absolut unglaublich. Und ich, noch mal, mir ist kalt. Meine Haut ist ausgetrocknet von den Tagen da. Ich habe Kopfschmerzen. Die Luft ist dünn. Und ich gucke nach oben, ich will nicht gehen. Ich bleibe da stehen und bleibe fast zu lange stehen, weil es dumm ist. Also die Kälte fährt mir in die Knochen ein. Aber ich bleibe halt so lange, ich kann, weil ich einfach, ich will mich einfach auf den Rücken legen und dafür immer bleiben und Teil des Universums werden, weil es so wunderschön ist. Ein Rückdauer auf dieser Erde, der fast wirkt wie Science Fiction, wie eine Mischung aus Science Fiction und dem romantischsten Fernwehfilm aller Zeiten. Und das sind so Momente Natur. Ich liebe, ich habe immer große Natur geliebt. In Amerika habe ich immer mit am meisten geliebt, wenn ich aus den Städten rauskomme und dieses riesige Land gesehen habe, diese weit entfernten Canyons und so weiter. Aber es hat halt manchmal auf dieser Welt, wo man reist und auch wirklich manchmal auch da ein Fleck hingeht, wo es wehtut und auch unentdeckte Orte nimmt, dann hat es wirklich fast Ebenen, die fast schon unwirklich scheinen. Wie gesagt, der rote See vom Vulkan, dieses Firmament, diese weiße Wüste, das berührt mich zutiefst, weil ich auch bis heute, wenn ich daran denke, wenn ich in der U-Bahn sitze hier oder so, denke, dass es das überhaupt gibt. Und dann darf ich es auch noch sehen. Wieder Dankbarkeit. Und um manche Dinge zu sehen, die so eine extreme Schönheit haben, die sind halt manchmal schwer zugänglich. Also ich meine jetzt schwer zugänglich, was du gesagt hast, es war anstrengend dort zu sein, aber Belohnungsprinzip hat dann wieder eingesetzt. Es gibt ja auch manchmal Dinge, die man macht. Und dann, also ich wollte immer die Nordlichter halt schon sehen und habe es schon zweimal probiert und war aber immer irgendwie zur falschen Zeit, am falschen Ort. Was aber nicht schlimm war. Ich bin nach Schottland gefahren. Und ganz den Norden. Und eigentlich war es vor der Jahreszeit die Chance ganz gut, aber sie waren halt nicht da. Trotzdem war Schottland ein Megatrip. Ich habe zwar das, was der Auslöser war, zwar nicht gesehen, aber habe mich in so einen Landesteil verliebt. Also ich wusste nicht, dass man in Schottland so gut essen kann zum Beispiel. Und wie megafreundlich, gemütlich es im Winter in Schottland ist, wo man sagt, ja, da ist es vielleicht ja auch kalt oder ungemütlich. Es war mega gemütlich, in irgendwelche Pubs reinzukommen, wo das ganze Dorf abends ist und am Kamin halt sitzt und dann gesungen wird und man eingeladen wird und man zusammen dann vielleicht noch einen Absacker trinkt oder so. Und das sind so die zwei Sachen. Also es gibt Natur und dann ist natürlich auch die Menschen da zu erleben, wie unterschiedlich die sind. Und das bringt mich jetzt zu Linda. Linda hat eine Sprachnachricht geschickt, die uns beide extrem berührt hat, weil es auch nochmal eine ganz spezielle Erfahrung ist des Reisens, die wir beide auch schon erlebt haben, wenn wir weit weg von zu Hause sind, dass Menschen auf dieser Welt so, so unterschiedlich leben, so verschiedene Arten haben, was sie als Glück empfinden oder so verschiedene Schicksale haben der Geometrie, der Art und Weise, in welche Familie sie reingeboren sind, in welches Land, dass sie ein komplett anderes Leben haben. Und es gibt ganz wenige Momente oder ganz, ich finde die trotzdem sehr, sehr wertvoll, dieses Leben kennenzulernen. Und darum geht es bei Linda. Nee, nicht bei Linda. Sie heißt Sophia. Sophia, nicht Linda. Linda hatten wir vorhin. Linda war im Nordkap. Sophia, Sophia war in Indien und wir hören ihre Geschichte. Für mich ist es tatsächlich Indien. Das liegt wahrscheinlich darin, weil ich dort geboren wurde. Ich lebe seit 38 Jahren in der Schweiz. Meine Familie aber, die lebten in Indien. Die sind sehr, sehr arm und die leben dort am Straßenrand. Und wenn ich nach Indien gehe, dann suche ich nicht die Luxushotels auf. Dann möchte ich so leben wie die. Also Indien ist nicht nur schön für mich, es ist laut, es ist chaotisch und es stinkt. Und wenn ich aus dem Flugzeug komme und diesen stinkenden Geruch kriege, ist dennoch der erste Gedanke so, ja okay, jetzt bin ich, ich bin zu Hause. Also ich lege mich dann dort zu meiner Familie auf den Straßenrand hin. Dort wurde ich auch geboren. Und das ist am Anfang für mich sehr befremdlich, weil ich das natürlich nicht kenne. Und ich fühle mich eigentlich sehr, sehr unwohl. Also ich muss zuerst wirklich mal klarkommen. Aber nach ein paar Tagen geht es dann. Das Schöne aber in Indien finde ich die Herzlichkeit der Menschen. Die sind trotz dem Armut und dem Elend, sind sie doch irgendwie manchmal besser gelaunt als wir hier. Wir wohlhabenden Menschen hier in Europa. Diese Herzlichkeit und diese Dankbarkeit von den Menschen, wenn man was Kleines gibt, ist für mich, also Indien macht sehr viel mit mir im Inneren. Es macht wirklich sehr viel. Alles, meine Probleme sind keine Probleme. Das alles wird zu relativ, wenn man dort ist. Und ich verspüre einfach eine unglaubliche Dankbarkeit für mein Leben. Und ja, es macht, also dieses Gefühlschaos, was ich eigentlich habe in Indien. Ich bin nirgends, ich habe nirgends so eine innere Ruhe, wie wenn ich in Indien bin. Ich bin wirklich im Einklang mit mir selber. Ich bin irgendwie wie in Trance. Also ich kann das wirklich schwer beschreiben, aber es ist ganz anders. Also ich weine sehr oft natürlich dort auch, weil mich ganz viele Sachen berühren. Man möchte jedem Menschen helfen und den Tieren helfen. Und also es ist wirklich nachher auch schwierig, alles zu verarbeiten. Und trotzdem bin ich nirgendwo so bei mir selber wie dort. Und deswegen sind meine schönsten Reisemomente in Indien. Also es ist eigentlich nicht, ich kann nicht sagen, was genau, aber es ist eigentlich mehr so ein Gefühl. Ja, und ich würde mir wirklich wünschen für diese Welt Frieden und Gerechtigkeit und Liebe für alle. Unterstreichen wir alles, was Sophia sagt. Mein Mann, Mann, Sophia. Liebe Grüße in die Schweiz und liebe Grüße an alle Schweizer und Schweizerinnen, die uns da hören. Meine Herren, also das hat mich ganz schön, ganz schön weggeblasen. Wenn jemand sagt, Friede und Gerechtigkeit für alle, dann muss man sich das erlauben können. Das kannst du dir erlauben nach der Story. Also es ist ja keine Story. Sophia, Bella, eine der grundlegendsten Sachen, die ich auf Reisen gelernt habe, spiegelt sich da auch wieder dieses zu verstehen. Es geht nicht darum, zu Leuten sehen, denen es auf dem Papier von mir aus besser oder schlechter geht. Oder es geht darum, zu sehen, dass Menschen, egal in welcher Situation sind, relativ oft mehr geben, als man selbst, weißt du was ich, also man lernt, wie viele Menschen geben. Und meistens ist es sogar, je mehr Menschen jetzt an rationalem Besitz haben, desto mehr teilen sie. Was sagt uns das? Und vor allem, das habe ich auf dem Reisen halt gelernt. Also, dass du immer wieder Leute triffst, bei denen du jetzt denkst, mit deinem blöden, arroganten, europäischen Blick von dem Typen, der da, ich wollte jetzt hin, mit einem Spiegelreflex, mit einem paar Bilder, dann triffst du da Leute und du lernst fürs Leben, weil da Leute sind, die einfach mit wesentlich ernsteren, ernsteren Problemen teilweise haben, als du. Ich spreche niemandem da draußen seine Probleme hat oder ihre Probleme, aber man meint, meistens ist es, das sind existenzielle Probleme, mit denen Leute mindestens in Indien auf der Straße zu tun haben und sie teilen mehr, als manche Leute, die ganz viel haben und sich verstecken und immer noch Angst haben um alles, was immer noch mehr wird. Weißt du, was ich meine? Absolut. Weil der Punkt ist ja auch, wenn man, man darf es glaube ich, nicht vergessen, wenn man in der Welt unterwegs ist, aus welcher, aus welcher privilegierten Schicht wir kommen, jetzt mal global gedacht. und diese Nummer mit, die haben ja nichts und sind so glücklich, da habe ich immer so, manchmal so ein bisschen meine Probleme mit, weil ich glaube, das geht am Ende nicht ganz auf, die haben ja nichts, aber sind viel glücklicher als wir und dann fahren die Leute mit ihrem SUV mit vier Leuten wieder weg und sie waren mal kurz in diesem armen Dorf. Und was ist nichts? Genau, was ist nichts? Ist nichts kein Auto oder ist nichts unglücklich? Was wollt ihr denn? Also Leute leben halt unterschiedliche Leben und die sind unterschiedlich gut oder schlecht, aber ich will das gar nicht werten. Also wir kommen, deshalb, ich schätze sehr viel hier in Europa und ich sehe mich als Europäer und wir haben das schon in den meisten Regionen bei uns, da gibt es auch nochmal große Unterschiede, wir haben das schon extrem gut, aber das ist unser europäischer Lifestyle. Und ich habe, um das kurz, ich war, ich durfte auch einmal Indien bereisen, zumindest kleine Teile davon und kann das nur, also was ich davon auch teilen kann, von den direkten Erfahrungen, die Sophia Bellar da erzählt hat, es ist ein Land, das ganz anders ist, das auch ganz oft, sie hat es ja auch gesagt, chaotisch, zumindest anmutet auf Menschen wie uns, mich und ich war in Varanasi zum Beispiel, da wäre irgendwann nochmal eine ganze Folge zu machen, glaube ich, weil das so abgefahren ist, einer der abgefahrensten Orte, einer der heiligsten Orte der Hindus, wo wirklich diese Leute am Gang ist, an den Treppen am Gang ist, ihre Lieben, wenn sie gestorben sind, verbrennen oder in den Fluss geben oder was auch immer, also Tod und Leben unglaublich nah aneinander sind. Die ganze Stadt, eigentlich für mich, wenn ich es wirklich so sagen darf, ein Chaos und ich habe auch, irgendwann habe ich nach ein, zwei Tagen der Akklimatisierung, habe ich einfach eine Ruhe gefunden, die überhaupt nichts mehr mit dem zu tun hatte, was jetzt als Außensteller, man sieht einen Varanasi von außen, und denkt, oh du meine Güte, das ist echt ein chaotischer Ort und du findest da eine Form von Ruhe, die ganz anders ist als hier, weil du einfach mit existenzielleren Sachen konfrontiert bist, aber das macht es nicht schlimmer. Ich meine, ich habe da jeden Tag sozusagen Tote gesehen, sei es von Weitem oder so, das hat mich tief berührt, aber es hat mich nicht traurig gemacht oder runtergezogen. Es ist ein ganz, also Indien ist ein ganz abgefahrenes Land, das ist erst einmal auf der Reiseebene noch dazu gesagt, und ich kann das in dem Moment halt schon ein bisschen teilen, was Sophia Beller, glaube ich, dann aber noch intensiver erlebt hat und besser schildern könnte als ich. Weil natürlich Sophia Beller dann mit Familie und so noch näher dran ist. Aber das ist ja auch so ein Punkt, ich kann immer nur empfehlen, also aus meiner Wahrnehmung, einfach wenn man vor Ort ist oder in so einem Land, was so ein bisschen was anders tickt als unsere europäischen Länder, sich einfach mal drauf einlassen und nicht nach unseren Bewertungskriterien, was ist jetzt irgendwie raffiniert, was ist schick, was ist elegant und was nicht und was ist cool, was ist uncool, was ist präzise, was ist unpräzise, was ist chaotisch oder was ist nicht chaotisch, nur weil es einen anderen Vibe hat oder warum sind Leute lazy oder so, die sind ja immer total gechillt und die arbeiten nicht viel. Da bin ich schon mit anderen Backpackern fast in Schlägereien gekommen. Gerade in Mexiko, Mexiko ist so ein Land, klar gibt es das Yes da und da arbeitet mittags keiner, weil es halt fucking 44 Grad sind und dann geht das halt, da leben halt die Nacht und da heißt es, die feiern immer nur, weißt du so. Also das ist manchmal so, manchmal ist es selbst bei so Leuten, die dann auch reisen, die dann aber manchmal, mich ärgert das so ein bisschen, also ich werfe denen das nicht vor oder gehe da nicht hin und sage, du hast keine Ahnung, aber das ist ja in ihrem Bild, aber manchmal ist dann, was du vorhin gesagt hast, die so ein bisschen von oben herab, wie als Europäer. Wir sind da Gäste und wir können es da auch gut gehen lassen und meistens, in den meisten Ländern ist die Gastfreundschaft auch fantastisch, also 99% der Leute wollen dir da auch nichts, sondern die haben eher Lust, dir das Land zu zeigen und freundlich zu dir zu sein. Ich habe zum Beispiel in Mexiko, habe ich beides erlebt, also diese unfassbare Herzlichkeit, also gerade, wenn es weg ist von Yucatan, also von Cancun, das sind ja, das ist so der Mallorca in der Karibik, also da fahren alle zum Saufen hin und dass man da eher über den Tisch gezogen wird, in irgendeiner Bar, wo nur Amis oder was auch immer sind und das ist normal. Wenn du ins Land rausfährst Mexiko wahnsinnig, ich war zweimal da und ja, die haben große Probleme und die haben auf verschiedenen Eben Probleme. Du als Tourist, wenn man vorher guckt, wo man da unterwegs ist und mit wem man unterwegs ist, geht es da eigentlich einem ziemlich gut und ich habe eine Geschichte im Buch erzählt, weil Mexiko so paradiesisch ist und ich bin von einer Dame gefreut, wenn wir im Auto durchgefahren sind, also selbst gefahren. Und das war wunderschön, das war die beste Entscheidung ever und ich würde es auch wieder machen, obwohl wir fast überfallen worden wären. Also wir sind überfallen worden, wir kamen aber da mit einem blauen Auge raus. Also es gab kein, also wir haben irgendwie ein bisschen Glück gehabt und wir haben da gut reagiert in dem Moment und wir hatten viel Glück und deshalb würde ich nicht sagen, ich fahre da nicht mal hin, weil die wollten einem überfallen, sondern wir waren an einem der schönsten Orte, die ich je gesehen habe. im Hochland, Kakteen, Hügel, Berge, es war wunderschön, blauer Himmel, also die Farben, Mexiko ist so unterschiedlich, gerade dieses Hochland überall, diese tollen Dörfer mit diesen alten Dorfplätzen und so, wunder, wunderschön und auf einer dieser schönsten Strecken, die ich je Auto gefahren bin, bin ich fast überfallen worden und das, das gab ein sehr, sehr flaues Gefühl im Bauch, weil man gesehen hat, ja, im Paradies, ich komme ins Paradies und es gab so einen Ort, der hieß sogar Paradiso oder Paradiso und ich bin da und die wollen mich jetzt da überfallen und klar, ich lebe ja auch da nicht, also da ist es wunderschön, aber da kommt halt irgendjemand mit dem Auto gefahren, passt da nicht auf und dann ziehe ich ihn vielleicht ab, weil ich auf der Straße lebe und die Kohle jetzt brauche. Das ist nicht schön, ich finde das jetzt, das ist keine Entschuldigung für das, dass man mich bedroht, aber ich kann es nachvollziehen und ich kann, deshalb hatte ich ein flaues Gefühl im Bauch, wir haben dann auch lang drüber gesprochen, das ist ja auch wichtig auf Reisen, dass man sich nochmal bewusst wird, wo man ist, wie man ist, was für ein Glück man hat und den anderen auch ihr Leben zugesteht und ja. Also ich kann das nur teilen, also ich habe das an der Küste Tansanias, wo ich, also ich würde ein, zwei Mal, drei, vier Mal über, fünf, sechs, sieben Mal, nein, also drei, vier Mal auf Reisen überfallen, das waren immer so kleine, unwichtige Sachen, also so, also wenn man jetzt nicht mit einem Tresor um den Hals irgendwie halbnackt irgendwie nachts auf die Straßenrennen so, dann, also dann ist man auch blöd, sondern hat man es, da ist da nicht um viel gegen und das heißt, das soll, wie du es sagst, das soll in keinster Weise sowas, sowas rechtfertigen, aber natürlich, ich bin da der Mensch, der mit einer ganz anderen Realität da auch auftritt, der anders aussieht in dem Moment und der irgendwie in Situationen kommt, die, äh, also ich, die Situation da ist anders als hier. und das, deshalb habe ich vorhin am Anfang unserer Folge ja gesagt, also als wir drüber gesprochen haben, ob man auswandert, ob man Deutschland verlässt, ich habe Deutschland auf vielen Ebenen auch schätzen gelernt, also ich meckere sehr, sehr gerne über Deutschland, ich finde vieles echt doof, aber auf der anderen Seite halt auch echt gut, also wenn ich hier bin, dann muss ich halt in den Flow rein und muss halt die Sachen, die mir nicht gefallen, natürlich auch mitnehmen und so ist es auf Reisen auch, ne, ich kann nicht erwarten, dass es überall so läuft, ich sage mal mal, Pünktlichkeit, wobei ich in Köln immer das Gefühl habe, ähm, wenn die Bahn kommt, die kommt nie pünktlich, ne, also ist ja auch nicht so, das sind ja oftmals so Klischee und wenn ich dann irgendwo in Thailand auf dem Busbahnhof bin und da ist es in meinem Augen erst mal das größte Chaos und es funktioniert im Endeffekt dann alles, jeder kommt irgendwie von A nach B, vielleicht auf eine andere Art und Weise, dann gehe ich in diesen Flow rein und wenn ich es geschafft habe, über meinen Schatten zu springen und diese Flows reinzugehen und mit Leuten zu sprechen und alles schön zu beobachten, ohne sein Gehirn an der Grenze abzugeben, dann erlebt man auch tolle Reisemomente und selbst, wenn man dann mal scheitert und ihr kennt das von uns, eigentlich sind unsere lustigsten Geschichten sind die, wo wir gescheitert sind und wo was schief gelaufen ist, also nicht bedrohlich schief gelaufen, sondern vielleicht nicht so gelaufen ist, wie man es sich vielleicht vorgestellt hat oder wie man es vielleicht auch ein bisschen geplant hat und das macht ja Mut und das ist ja auch die Quintessenz, also wenn man alles so auspresst aus unserem Podcast, kommt ja unten, so der letzte Tropfen, der so rauskommt aus diesem Geschirrspüllehandtuch, das ist ja im Endeffekt dieses, mach es, probier es aus, habt diesen liebevollen Arsch, den wir euch gerne geben, probiert das aus, mal für euch selbst zu reisen, sich mal da reinfallen zu lassen, mit aller Vorsicht, also lasst euch nicht irgendwie nackt in einem malayischen Bergdschungel aussetzen, das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber vorhin die Geschichte, die hat mir so toll gefallen, in Bali, genau, von Kirsten, das fand ich eine tolle Geschichte, man ist in so einem Hotel drin und auch wieder in einer abgeschlossenen Welt, kriegt vielleicht ein bisschen balinesisches Essen, aber das richtige Bali haben sie draußen kennengelernt, weil sie sich darauf eingelassen haben, weil sie Ja gesagt haben, weil sie mutig waren und da war bestimmt auch nicht jeder Tag, jede Stunde super und die hatten bestimmt auch ein bisschen Schiss, aber das ist ja die Magie, finde ich, fürs Reisen. Ja, da draußen ist die Welt, die werdet ihr im Zweifel nicht kennenlernen, wenn ihr hinter den Pauschalmauern sitzen bleibt, sondern geht mal raus und das sind manchmal nur kleine Schritte und das nehmen wir jetzt alle mit und stellen fest, dass wir jetzt ganz viele Momente gehört haben von euch da draußen und von uns, die einfach vielleicht noch ein bisschen besser zusammenfassen, was wir am Reisen so lieben, warum uns das so wichtig ist, warum wir damit nicht aufhören können und warum es vielleicht auch manchmal nicht der leichteste Weg ist, aber vielleicht auch der beste. Das war gut. Danke für alle eure Nachrichten. Wir haben jetzt nur ein paar hier würdigen können, aber in unserem Herzen, das ist jetzt keine Floskel sind die gewürdigt, wir waren erstaunt und wir waren konsterniert und wir haben uns teilweise, wir wohnen ja nicht am selben Ort, wir haben uns teilweise angerufen und uns geschrieben, Alter Schwede, was kommt denn da bitte? Ich bin sehr glücklich, spätestens seit dieser Folge solche HörerInnen zu haben. Ich bin da wirklich, das ist wirklich, also ich habe in meinem Leben nicht so richtig viel hingekriegt, aber das fand ich jetzt, finde ich dann doch irgendwie, das möchte ich mir zumindest auf die Haben-Seite schreiben. So viele tolle Leute, die da irgendwie zusammenkommen und ohne euch gibt es das nicht, ohne euch hätten wir ja auch jetzt nicht auch die Lust, das so öffentlich zu teilen. Ja. Weil das, also das ist ja so der Punkt, also das macht ja uns einfach auch dann Spaß und dann schreibt ihr und dann sind wir wieder inspiriert und wir hoffen halt inständig, dass auch über dieses Reden, wir waren jetzt auch fast überall auf der Welt, wir waren in Afrika, wir waren in Amerika, wir waren in Asien, wir waren in Australien, dass da auch immer wieder Punkte dabei sind, die euch so ein bisschen inspirieren, zu sagen, ah, da, ja, da könnte ich auch mal hinfahren. Und wo hat er den Elefant? Ja, wir wollten einfach eine bunte Weltreise mit euch machen, mit vielen Momenten. Ich hatte großen Spaß, vielen Dank, nochmal auch von Herzen, für die Momente, fürs Zuhören, fürs Teilen, fürs Überreisen, Reisen sprechen. Vielleicht besorgt ihr euch das Buch, das wäre toll, vielleicht meldet ihr euch beim Newsletter-Magazin an, wo jetzt auch eure Reisemomente oder von euch immer wieder drin vorkommen, jeden Monat ein paar. Julia von unserem Blog, sucht ihr immer so zusammen, da freuen wir uns auch, dass das noch mehr zusammenwächst. Also wir, so unser, das Reisen, Reisen-Team mit ganz tollen Leuten, also für uns war das ja immer so, wenn wir das Reisen, Reisen so ein bisschen größer machen wollen, wollen wir nur mit netten Menschen arbeiten und Spaß haben auch dabei, auch wenn es Arbeit ist manchmal und das gehört auch dazu. Hier das Reden mit Jochen, das empfinde ich gar nicht als Arbeit, das sind schöne Momente auch, die unfassbar viel Spaß machen. Vielen Dank euch, vielen Dank aber auch dir Jochen, mal auch von Herzen jetzt. Ja, ich habe wieder so ein Trennen. Ich mache emotional auf. Ich roste jetzt. Nein, das geht mir auch so, mach ruhig auf. Meine Schlossbrücke ist schon runtergelassen, also ich sehe das auch so und wir haben einen neuen Gegenstand, der mich auch sehr glücklich macht. Das ist dieses Buch, wenn ihr, weißt du, da sind so 20, 30 Anekdoten drin übers Reisen, die glaube ich auch so sind wie wir alle und das macht mich so froh daran. Wir sind alle irgendwie gleich, ohne dass wir es vorher wussten. Danke, dass es euch gibt. Danke Michi auch dir, dass es dich gibt. Ja, ja. Das hat ja auch Vorteile. Ja, ja. Und passt auf euch auf. Ich ziehe ihm die Schuhe an und bringe ihn nach Hause. Gute Reise, Papa. Äh, gute Reise. Das bleibt drin. Okay. Adieu. Adios. Reisen Reisen Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz mit Jochen Schliemann mit Jochen Schliemann mit Jochen Schliemann mit Jochen Schliemann